Moin moin liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege mit mir, Playgeschite, Kim, Böhm und Chele. Das stimmt sogar. In diesem komischen Dingraum. Ach, in dem Raum. Da mit den Fenster und den Türen. Bist du sicher? Ich möchte mich da nicht festlegen. Da, in deinem Server da. Also der Raum, in dem keine Fenster und keine Türen, na doch, Türen sind schon da. Oh, verdammt! Ja, ich glaube wir sind beide in dieselbe. Hey, ich habe noch Punkte im Kopf fürs Identifizieren. Na, Chele. Übrigens, sie sind unten. Ich weiß nicht. Oh, einer ist oben. Also Erdgeschoss heißt das, ne? Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Ja, das ist was. Entschärfer wurde zurückgeholt. Eine Bombe muss lokalisieren und entschärft werden. Gut. Ähm, kurze Taktikbesprechung, wie machen wir es? Irgendjemand anderes rein, die I-Taktik, sagen würde. Ja. Ist genehmigt. Oh, wie fies ist das denn jetzt? Die haben hier so einen Block hingebaut. Ja, das ist schon länger so. Ja, wenn man fährt, ist das... Die mal Claymoth? Ähm, ja, ich hab einen. Ja, place mal hier vor dem Fenster. Hat der gerade irgendwer was aufgemacht? Ich hab ne Panzerplatte zerstört sogar damit. Sehr gut. War nicht einer oben? Oh, ich ahne. Geräte werden ausgeschaltet. Also ich als Schakal... Ja, oben ist einer. Wo genau? Der Fuse direkt über... Einer ist links im Raum jetzt. Der Puls direkt über B. Äh, wo ist... Da geht's irgendwie... Da geht's keine Kletten hoch, ne? Mit dem Raum über B. Warte, warte, warte. Ich scan ihn. Na, im Raum ist noch einer drin. Kapi. Der ist dran. Nice. Bei wem ist noch einer drin? Smoke. Hi, Kim. Hi. Kann ich hier irgendwo rein füsen? Hier könntest du von oben füsen. Let's fuse. Be-lol, Double kill. Swimmin! Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ich hab mich doch grad hier ein schönes Loch reingesprengt, Mann. Da, rechts von dir. Man hört mich an, sogar das dicken lol. Wollte er schlafen gehen? Ja, ich hab ihn fast geschickt. War ja, ist ja schon drei Minuten vor zehn. Also, ich hab's schon Zeit für ihn ins Bett zu gehen. Also, hu 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 hu. So, was hast du gemeint, Böhn? Er hat richtig schlecht geschossen, der Typ. Welcher jetzt genau? Ja. Gut, hast du Fragen. Ich würd sagen, ähm, nicht der mit drei Buchstaben. Ah! Äh? Also, der Kim, nicht der Tim. Richtig, der Karl. Richtig, der Karl. Ah, auf Gottes Willen. Aber der Double kill mit dem Fuse war mal wieder recht edel. Ja, das Glück ist mir leider selten holt. Ja, wie oft hast du seit mit Buff jetzt schon, ganz ehrlich, mal den Fuse gespielt? Äh, ein, zwei Mal. Trotzdem hab ich das Glück nicht. Einigen wir uns da drauf nicht oft. Das würd ich so unterscheiden. Hm. Ich hab' diese Drohne genau im Blick gehabt, ne? Sorry, Kim. Ich bin zwei Zentilater nach links bewegt, alter, und er schießt mich direkt halber durch. Äh, hat jemand noch ne Reinforced Wall? Alter, ich bin auf 37. Nein, Kim nicht! Hier ist das Fensterheck. Da klappt noch voll. Ganz schön durch. Äh, hier bräuchte ich noch eine Wand zumindest. Leid die nicht, die nicht, die nicht! Warum? Die wollen ja nicht haben. Hier. Wo der Deck. Ich hab' die Drohne. Ich hab' was für dabei erschossen. Nee, cool. Und dich auch. Ja, schon. War dabei. Können wir von hier nämlich da rein gucken. Wow. Es könnte sein, dass ich das gewissen bin. Leid. Leid. Schön drinnen. Ja. Wo? Äh, im Vorraum von dem Zeu-Dingens da. Oder oben? Also, wo der große Eingang eben. Wo du gerade ausguckst, in dem großen Raum, da ist auch das Gletsch durchgelaufen. Ich suche gerade eine... Ja, da wurde hinguckst und dann ist ja der große Raum da vorne dran. Ja, oben ist auch noch was. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas finde, aber die Kamera... Eißen, da hast alle Kameras schon weggeschossen. Und cool. Ich kann den Haupteingang angucken, aber da geht gerade keiner lang. Und die eine hintere Treppe, aber die bringt auch nichts. Das ist ja schon... Jetzt ist einer am Haupteingang, zwei Leute, einer ist im Serverraum gewandt. Jackal ist im Serverraum gewandt. Ja, hier steht eine. Ja, scheiße, ich kann sie nicht markieren. Direkt an der Treppe dann. Steht, ist wieder da, hier. Gepinkt. Ist wieder weggegangen. Schreck, oder? Erst sind sie da, dann werden sie gepinkt, dann gehen sie weg. Ist echt schrecklich, Typ. Jawohl, Böenli. Und Schäte. Ja, Böenli auch. Jetzt wieder ausgeglichenes Match. Halbwegs. Oh, oh, oh. Er in der Tür, ja. Oh, neben mir. Böenli. Böenli geradeaus, links. Böenli, ich darf nicht, geh weg. Bei B. Links. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Alright. Oh, ich weiß noch nicht. Oh, komm, 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 komm. Nicht treffen, nicht treffen. Ah! Oh, schade. Ich habe sogar noch einen gekriegt. Ja, boobytrap. Also ich will ja nichts sagen, ne, aber dieses Spiel strotzt gerade bei mir vor Grafikfehlern. Jetzt nicht mehr, gut. Jetzt ist es ein Böck. Auf Platz 3 in unserem Team waren gerade drei Personen gleichzeitig auf einem Feld angezeigt. Ja, ist doch okay. Ja, nein. Also wenn sich The Gamer und, ich weiß nicht, wer noch alles jetzt gerade in dem Pult drin war, auf einer einzigen Zeile darstellt, sieht das ein bisschen verrückt aus. Nee. Nicht immer lark, lark, ja. Oder was, selber machen. Dann hau ich dir auch noch eine rein. Jetzt sagen wir, wer es selber macht. Dann hau ich dem auch noch eine rein. Das Video ist so geil. Das ist so geil. Aber BATZ! Ah, er hat ja recht. Bruce Lee. Es gibt ein Video mit Bruce Lee. Dieses, you become the water. Kennst du das? Nee. Müssen oben sein. Ja, kann ich bestätigen. Einen habe ich schon mal. Mute auf der Treppe. Ja. Auch bei B ist ein Mute. Spreng! Oh, scheiße. Oh, danke. Oh Mann. Da hat er mir ganz kurz Hoffnung gemacht. Oh ja. The Gamer. Oh, da sind wir zum Skate. Oh, Achtung, Kamera. Ich frage mich, ja. Auf, ne. Was ist denn hier los? Er hat geschossen oder oben? Oben, oben. Was war da? Leider rausguckt. Er hat mich angeschossen. Was ist das? Hast du ihn mindestens erschossen? Nein, leider nicht. Er hat ihn liebevoll angeguckt. Wer ist Fused bei uns gelesen? Wir machen. Der ist immer. Hey, Chile, komm, lass mal da ein bisschen. Tabula rasa machen. Achtung, da wurde jemand erschossen von dort aus. Der Boll. Rechts von der Bolle, da ist halt. Östliche Tür, den habe ich. Draußen entdeckt. Wo ist der? Ja. Auf der Kims Seite. Dass man hier nirgends vom Dach direkt rein kann, das wäre cool. Also südlich vom Bereich sind es auch noch. Ich bin ganz im Süden. Was war das? War ein Auto. Warum? Alles, wenn ich das höreste. Ich habe einen angeschossen. Der geschossen. Scheiße, aber nicht getötet. Wo liegt der? Direkt bei der Bombe B. Irgendwer unten? Weiß das jemand von euch? Ne. Ja, wenn er nie wieder geschossen ist, ist es okay. Der letzte müsste das Mock sein. Ich weiß, wo er ist. Boah, fuck. Wo ist er? Plantet, plantet, plantet. Das ist nebendran. Definiere nebendran. Hier direkt beim Ping. Direkt bei mir. Direkt bei mir. Ja. Eigener Drucker. Hi. Da habe ich dich doch auch gesucht. Der Böhnli, du wett. Gib dem ne Pistole in die Hand und der rotzt dir alles weg, du. Weder Scharfschützengewehr oder halt mit dem Dings, ne? Ah, das kann er. Also, ich glaube, ich habe auch drei weggerotzt. In einem Raum gibt es durchschnittlich 367 Geräte, mit denen dich Böhnli umbringen kann. Aber ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft mit dem Hammer. Muss ich mal machen irgendwann. Ja, wenn einer down ist, so bereist dich an und der ist, der ist gerade down, so, dann kannst du ja nicht schlissen. Das wäre so geil, so BAT. Schädel zertrimmert. Boah. Das wäre schon geil. Ja, klasse, Recruit, läuft bei mir. Ja, hast du gut gemacht. Und warum konntest du dir jetzt nicht auswählen? Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe eher das Gefühl, du warst draußen. Oh, ich habe schon auf die Tasche gekommen. Warum? Ich bin fucking serious. Der Recruit hat nur eine fucking Reinforce-Ball. Cool. Was machst du da? Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Warte mal, Wolle, wo bist du? Hier, guck mal, das mache ich. Oh Gott, bitte nicht. Schützt eure Banten vor der Entschärfung durch den Gegner. ist das passwort oder das passwort mit dem passwort kommst du in den bett geht und die gleiche seite wie wir wir müssen aufpassen hinge zwei stück die nur eine granate hingeschmissen da wurde die der müsste jetzt unten im gang sein geht die treppe runter ja guck dann durchsend ich da durch oh fuck jetzt hatte ich mein controller leer dort lebe ich noch weg ist tot ja ja bolle oh nein da gehört zu uns ja nur noch ein gegner übrig jetzt ist grad mega scheiß zum spüren mega nah vom fernseh wo war der bei b ja da hinten hast du gesehen der hat sich gesehen der hat dich gesehen wolle ja aber er hat den zu kollegen von mir nicht gesehen das war mein glück hey wir haben gewonnen souverän grafikfehler incoming geilo ich bin rekrut mbp bei mir wird akt bei mir wird aktuelle bühne als noch als 1 geführt finde ich aber auch okay ich bin jetzt weiter nur ja ich sag ja bei mir wirst du noch so geführt jetzt nicht mehr schön gut liebe freundinnen dann war es das für heute ich hoffe es hat spaß gemacht wenn ja lasst einen daumen nach oben da und wenn ihr neuen kanal seid ein abo würde mich sehr freuen wer grunzt hier schon wieder so dreckig ja ich habe es genau gehört also bis zum nächsten mal macht es gut und may the fun be with you